Hallo ihr Kids der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre und selbstverständlich von der 90ern. Wir haben gerade den Drehplan fertig gemacht für das gesamte Jahr für die Zeugen der Vergangenheit. Als nächstes reißen wir das Jahr 1969-70. Die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen und die Dreharbeiten beginnen am kommenden Wochenende. Das wird einen Spaß machen. Wird sich sogar zwei bis drei Monate hinziehen. Und in der folgenden Sendung zeige ich euch, was für Kataloge wir dieses Jahr euch zeigen werden. Ein kleiner Tipp, wir reisen bis zu 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Ich übergebe an unsere Gute für Judith Hildebrandt. Judith, wir warten auf Anweisungen. Aktiviere mir den Fluxkompensator. Unsere Judith hat uns jetzt wirklich in die Vergangenheit katapultiert. Der Katalog von 1969-70 wird der nächste sein, den wir in unserer Sendung behandeln werden. Die Dreharbeiten beginnen am Wochenende. Und diese Schätzchen hier werden wir uns auch noch dieses Jahr vornehmen. Der Stuckenbrock Einbeck Katalog von 1926. Und ein weiteres Highlight wird dieser Katalog sein. Von 1962-63, ebenfalls von Quelle. Und dann geht es in mein Lieblingsjahrzehnt. Die 80s. Der Katalog von 1985-1986 mit dem Spielzeugteil. Nach rund zwei Monaten Vorbereitungszeit ist es soweit. Kommendes Wochenende beginnen die Dreharbeiten für Zeugen der Vergangenheit, Teil 20. Wir reisen das Jahr 1969-1970. Über Wochen hinweg sind wir den Katalog Stück für Stück durchgegangen, haben uns Notizen gemacht, was wir verfilmen möchten. Zudem haben wir versucht, jede Menge Material aus der damaligen Zeit zu organisieren. Das ist jedes Mal eine Herausforderung für sich. Oh ja, Leute. Es ist wirklich eine Herausforderung, die ganzen Stücke von damals zu organisieren, im guten Zustand und sie euch dann zu präsentieren. Aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß. So in der Vergangenheit zu versinken, das ist schon was Feines. Wir werden uns auch in der kommenden Folge sehr viel Mühe geben, um euch die perfekte Zeitreise zu präsentieren. Gerade der Katalog 1969-1970 ist ja was ganz Besonderes. Verknümpfte er doch zwei so intensive Jahrzehnte, die 60er und die 70er Jahre miteinander. Es werden wieder mehrere tausend Kameraeinstellungen für diese Sendung nötig sein. Die Dreharbeiten sind auf mindestens zwei Monate angesetzt. Und glaubt mir, Leute, wir werden komplett im Jahr 1969 versinken. Parallel dazu haben wir auch den Foto-Quelle-Katalog organisieren können aus dem Jahre 1969. Und dort werdet ihr ja viele längst vergessene Schätzchen wiedersehen. Super 8, Fotokameras, Filmprojektoren etc. Bei meiner wöchentlichen Schatzsuche auf Flohmärkten habe ich diese beiden Schätzchen gefunden. Zwei Projektoren noch mit Originalverpackung. Und eine ähnliche Kamera wie diese wunderschöne 6x6 habe ich schon in meiner Sendung. Da freue ich mich darauf. Es macht so viel Spaß mit den alten Sachen rumzuspielen. Das absolute Ereignis des Jahres 1969 war ja die Mondlandung von Apollo 11. Auch darauf werden wir natürlich eingehen. Hat es doch auch sehr viele Auswirkungen gehabt auf das Konsumverhalten, Modellbau etc. Und 1970 war die Fußball-Weltmeisterschaft. Ach, mal so ganz kurz am Rande. Ihr wisst ja, Deutschland wurde 1954, 1974, 1990 und 2014 Weltmeister. Wir haben uns hier richtig ins Zeug gelegt, so viel Material wie nun möglich zusammen zu bekommen. Wir haben zwar immer noch nicht komplett alles, aber die restlichen Sachen werden wir auch noch kriegen. Hier ein Märklin-Katalog aus dem Jahr 1970. Es wird so viel Spaß machen, mit den alten Sachen rumzuspielen. Ich freue mich schon richtig, wenn es losgeht. Oh, die Kamera läuft ja. Also, wir sind in froher Erwartung der Dreharbeiten. Sehr schön. Damals waren die Märklin-Locken, ich weiß, es heißt Loks, aber ich tricke euch so gerne. Hier waren die Märklin-Locken noch gezeichnet, noch nicht als Fotos eingestellt. Jede Menge Sachen haben wir organisiert. Mickey Mouse Heft von 1969. Schaut mal links oben die Mickey Mouse an. Und 1970. Selbstverständlich wird am Anfang natürlich auch unsere gute alte D-Mark erwähnt werden. 1972 war ja die Olympiate in München. Und bereits 1969 erschienen die ersten 10 D-Mark Silbermünzen. Und da gab es eine Münze, die löst einen diplomatischen Eklat aus. Da werden wir ganz genau drauf eingehen. Selbstverständlich erwähnen wir auch den Silberadler und die 5D-Mark Sondermünzen. Neben vielen, vielen anderen Sachen. Ich freue mich schon richtig auf den Beginn der Dreharbeiten. Das wird so ein Riechen Spaß werden. Schaut mal, was ich am Wochenende bekommen habe. Eine original verpackte Vata-Lampe um 1969. Leute, das wird ein Spaß werden. Rein ins Jahr 1969. Auf eine Herausforderung, wo ich mich jetzt schon freue, ist die Verfilmung des Katalogs von Duckenbrock-Einbeck aus dem Jahre 1926. Das wird ein Spaß werden. Rund 100 Jahre alt, sich die Konsumwelt der Weimarer Republik anzuschauen. Vor allem diverses Zubehör. Für den Straßenverkehr wird es für manches Schmunzeln sorgen. Low-Tech Bohrmaschinen. Ja, die guten Stücke, die funktionieren immer. Auch 100 Jahre später noch. Die Hightech-Radios der damaligen Zeit. Sorry Leute, da werde ich definitiv keine auftreiben können. Aber ich versuche trotz allem, das ein oder andere Stück aus der damaligen Zeit zu bekommen. Für mich als Spielzeug-Sammler ist natürlich das ein Augenschmaus. Das Spielzeug des Jahres 1926. Die ersten Modelleisenbahnen. Teilweise von Märklin und anderen Firmen aus Blech zum Aufziehen. Moment mal. Frisch geölt und restauriert warten Sie auf Ihren Einsatz bei dem Katalog von 1926. Auf den Katalog freue ich mich schon besonders, weil ich weiß, wir werden wunderschöne, interessante Stücke sehen. Ganz frisch an der Retro-Bar in der Videothek eingetroffen ist der Quelle-Katalog von 1962-1963. Auch dieser Katalog, bei dem die Vorbereitungen bereits schon angefangen haben, ich muss noch den Foto-Quelle-Katalog organisieren und jede Menge Magazin aus der Zeit, wird uns wieder in die Vergangenheit entführen. Und dadurch, dass es der Weihnachtskatalog ist, das heißt, jede Menge Spielzeug. Also Leute, wenn ich die ganzen Sachen hier sehe, was die heute an Sammlerwert haben. Also die 10,90 Mark würde ich auch bezahlen oder die 6,90 Mark für den Mercedes-Silber-Pfeil. Ich nehme gleich 10. Guckt euch mal dieses Spielzeit an. Altes Blech-Spielzeug. Aber nein, ich kann nicht alles sammeln. Das ist doch mal ein cooles Auto. Oh, aber ich kann leider nicht alles sammeln. Leute, ich will euch ja jetzt nicht neidisch machen. Viele von euch haben hier ganz kleine Fernseher. Teilweise mit 80 Zoll und mehr. Dieses gute Stück hier hat 69 Zentimeter, super Großbildröhre und die perfekte Farbe in Schwarz-Weiß für nur 1198 Thema. Was heute inflationsbereinigt 7.000 Euro werden. Ihr werdet wunderschöne Möbelstücke sehen, wo noch richtig schön der Einfluss der 50er Jahre zu sehen ist. Guckt euch mal diesen Fernseher an. Auf der linken Seite das Radio. Die Haartrockenhaube. Meine Oma hatte auch so einen Teil. Die super Großbildröhre. Ich bin mal gespannt. Ich habe den Katalog noch gar nicht groß durchgeguckt. Ich bin mal gespannt, was für nostalgische Schätze da auf mich warten. Auf diesen Katalog freue ich mich ganz besonders. Herbst, Winter 1985, 1986. Die 80er Jahre sind ja das aktuelle Jahrzehnt. Zumindest auf meinem Kalender. In dem Jahrzehnt bin ich hängen geblieben. Wir reisen in die Zeit zurück. Von Alf, dem Zauberwürfel. Kommodore 64. Das Jahrzehnt, wo das Wort cool erfunden wurde. Oder war das in den 70ern? Nein, nein, das waren wir in den 80ern. Ich selber, Jahrgang 75, freue mich besonders darauf. Das ist das Spielzeug meiner Kindheit. Da freue ich mich richtig drauf. Leute, das wird ein Spaß werden. Vor allem, weil ich es meiste davon habe. Die legendäre Playmobil-Raumstation. Altersgenossen, haltet eure Tränen fest. Die Lego Space Serie. Aber jetzt, bitte Leute, jetzt kommt das Highlight von dem Katalog. Masters of the Universe. Auf zum Planeten Eternia. Und Leute, da habe ich wirklich mehr als genug Material. Aber ich will noch nicht allzu sehr spoilern. Hier haben wir Barbie und Golden Girl. Für die Mädels. Nicht für uns Jungs. Wir Jungs spielen nicht mehr zu was. Selbstverständlich auch aktuelle technische Träume der damaligen Zeit. Der Videorekorder. Yes! Und selbstverständlich die modernen Hightech-Fernseher. So, das ist jetzt das Ende der Vorschau. 1985, 86. 1926, 1962, 1969. Dieses Jahr haben wir noch einiges vor uns. Da wird Judith noch sehr oft den Fluxkompensator aktivieren. Also, ich hoffe, ich habe euch Lust auf mehr gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt, Fantastic! Toils and Merchandise! Zeugen der Vergangenheit! Was ist das? Ich hoffe, ich habe euch, das ist jetzt über ein JUGerchen. es ist hier zu vor, aber ich bin sehr zu viel. Ich hoffe, ich habe euch es bin sehr gut, ich habe euch, ich bin echt. Vielen Dank.